Was sind Konzepte guter Logistik? Fragezeichen. Was sind Konzepte guter Logistik? Da muss man erst mal überlegen, was könnte denn das sein? Und dann, wenn man auf die Lösung schaut, dann denkt man, ach ja, so okay. Aber ich weiß nicht, ob man so unmittelbar drauf kommt. Just in time. Hilfreich wäre hier, wenn man fragen würde, was sind Logistikkonzepte, die den Lagerbestand reduzieren? Und dann könnte man kommen auf just in time. Dann gezieltes Outsourcing. Was sind Konzepte in Logistik, die die Kosten reduzieren? Outsourcing. Und dann Supply Chain Management. Da wäre man vielleicht, wenn man sie ein bisschen auskennt, ein bisschen im Thema drin ist, da wäre man vielleicht unmittelbar drauf gekommen. Die anderen beiden, naja. Aber manchmal sind die Fragen halt so. Und wir müssen halt damit umgehen lernen. Wollen Sie außerdem lernen, also neben dem Umgehen mit den Fragen, lernen ohne leiden? Ja, ohne sich mit fürchterlichen Lehrbüchern herumzuschlagen, mit Skripten zugemüllt zu sein, mit Skripten. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.